Der Wanderweg in die obere und untere Astalm ist immer wieder ein Erlebnis für Kinder und Erwachsene. Viele Dinge kann man entdecken und erforschen. In der Astenalm finden die Kinder reichlich Spielzeug, erleben Tiere wie Ziegen, Hühner, Hasen und Schafe. Aber am meisten freuen wir uns alle auf Michis besondere Krapfen. Die schmecken einfach herrlich. Musik 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 Musik